Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Modus. Wir spielen auf der Map fehlerhaft übertragt, Team Deathmatch und killt schon mal nicht den Ersten. Aber jetzt. Zack, weg mit dir. Wo bist du, Kollege? Zack, weg. Oh, mit der Granate sogar. Nice. So, wo sind die Kollegen? Hier müssen, waren doch irgendwelche da. Nein, ich hab den doch einmal getroffen. Ah, mit der Diegel, ey. Hm. Schade. Hätten wir nur noch einmal treffen müssen, dann wäre es vorbei gewesen. Aber, naja, so wird daraus leider nix. Hm. Wo sind die Gegner? Ja. Erstmal den Nate werfen. Ach, da sind die. Hier hinten sind die alle, wo wir eben schon waren. Schön Headshot geben. Zack. Nein. Oh, 15 HP. Okay. Okay. Ähm. Wenigstens noch als Kill wurde er wenigstens noch gezählt. Hui. Glück gehabt. Nein. Nein. Was? Oh. Sein Ernst. Okay, wieder Hilfe zählt als Kill. Ja, das wäre lässig. Kann so weitergehen, würde ich sagen, ne? Ha, wo chillt denn der hier? Ach, der ist switch and down. Das ist einer von uns. Laufen wir doch mal auf die andere Seite. Oh, Sniper. Und weg. Lalalala. Wo seid ihr denn? Oh, ne Fliege eben hier irgendwo. Also im Spiel sogar, ne? Okay, holen wir uns mal den Sniper, der da sitzt. Ich bin noch. Hä, wo ist denn der? Nein. Nein. Gegenangriff. Uh. Ich wollte dich doch holen. Easy, Diegel. Easy Kills, beide Diegel. Oh, ne. Na, wo seid ihr, hä? Na, wo ist er denn? Nein. Ach, Mensch. Irgerlich. Mafie, äh, vier. Neun HP hat er nur noch. Ah, Mann. So, ähm. Wie ich in einem Kommentar gelesen hab, wollt ihr, oder. Würde auch gerne mal GTA 5, würde auch GTA 5, würde auch GTA 5 gerne mal gesehen werden. Das kann ich natürlich auch mal einrichten. Das kann ich natürlich auch mal einrichten. Und, ja, wird dann auch demnächst, wenn ich mich da mal ran setzen und das zum Laufen bringen. Also, ich spiel's schon, ich mein natürlich, ähm, aufnehmen, also zum Aufnehmen, äh, breit machen und dann auch aufnehmen halt, ne. Und, ja. Und, ja, dann wird davon auch was auf dem Kanal hier hochgeladen werden. Natürlich. So, was kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Ich kann nur so viel sagen, das, was ich bis jetzt schon gespielt hab, es macht richtig Laune und, ja. Na, wo ist er? Zack. Tja, Junge, da wird das nicht gerechnet, ne. Zack. Weg hier. Wo sind sie, die Gegner, hä? Von da, von da irgendwo. Ha. Throw me a grenade. Throw me a grenade. So, wo sind die denn jetzt hier? Schade. Neun gegen acht. Bisschen wenig, aber ist eigentlich okay, die Anzahl. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so wenig für Team Deathmatch. Eigentlich genau richtig. Achso, wir haben jetzt schon die Hälfte. 50 zu 34. Müssen wir das jetzt auch mal so halten, ne. Und nicht nur Dummzeug sabbeln. Boah, gleich zwei, okay. Double Kill. Good job. Lobe ich mich selber. Ah, durch hier. Durchgequält. Wir sehen, ob wir die von der Seite oder von hinten holen können. Also flankieren. Lo, 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 lo. Wo seid ihr denn? Hm? Hallo? Keiner da? Toll, der ist down. Wo sind die denn hier? Das ist einer von... Ah, da. Toll. Spotting Bonus. Los. Wow. Jetzt finden wir aber auch gar keine Gegner mehr, ne. Hallo, Gegner. Wo seid ihr? Kann euch nicht finden. Melden bitte. Bam. Das, was explodiert, würde ich sagen. Da. Huh. Ah, nein. Nicht der. Nein. Och, Mann. Gerade dann, wenn man wieder aufstehen will, kommt natürlich der Gegner, ne. So klar wieder. Kann auch nur mir passieren, ey. Ma. Ähm, da. Ach, ne. Oder doch, da ist doch einer eben gelaufen von denen, oder? Zack. Rächer Bonus. Ne. Squad Rettung. Revanche. Revanche. Irgendwo hier ist ne Spawn bieten. Da ist schon mal ein Tux. Applaus, Applaus für diese Claymore. Mann, ey. Dein Ernst? Oh. So GG, ne. Hm. Ich frag mich, ich hab mich, ich hab mich, ich hab gedacht, die schießt dann nur auf das Tux. Also auf den Erkennungssensor, dass da welche langlaufen. Aber nein. Natürlich liegt dann da auch noch ne Claymore. Ist klar. Hä. Ärgerlich. Aber da machst du nix, ne. Und wenn man nicht gucken kann, wird man halt, äh, bestraft. So, wo sind jetzt? Da. Ach, komm schon. Dat aiming, please. Komm schon. Nein. Ach, man. Wenn man den einen nicht gleich killt, dann holt ein anderer mich weg. Hm. Ja, er gibt, er gibt fast sind, würde ich sagen, ne. Hilfe zählt als Kill. Easy. Huh. Schnell wieder verstecken. Ach, ne. Ich bin kein Medi, Mann. Mann, ich treff den noch die ganze Zeit. Junge. For real? Come back. We need you, soldier. Nein. Jawohl, ja. Nicht mit mir, mein Freund. Holy moly. Noch ein paar Tickets. What? Ach, da liegt der. Boah, den hab ich ja mal absolut nicht gesehen, ne. Okay, er wird schon beballert. Okay, ist down. Ich hab mir ja schon innerlich gesagt, wenn ich dich find, dann hol ich dich da weg. Was? Den helg ich ja jetzt auch. You're almost dead. Zack, hier. Nächsten Kill nochmal weggeholt hier. 24,9. Läuft bei mir. Läuft richtig. Komm, joinen. Joinen. Zwei Tickets noch. Let's der Kill. Granate. Hab ich den gekriegt? Steht das oben rechts? Nein, steht natürlich nicht. Naja. Egal. Hauptsache, das Wichtige ist, der Sieg zählt. Und wir haben diesmal sogar eine gute KD. Yeah. 24,10. Find ich, find ich gut. Find ich in Ordnung. Ja, und damit ist das, ist das Video auch beendet hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und 24,10. Diesmal gute Leistung von mir. Ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.